also ich werde jetzt aufhören videos hochzuladen über training weil es macht einfach extrem viel arbeit dass ich da über stunden aufnehmen fünf mal die woche oder so ganz viel zu erzähle und dann kriegt das halt null likes alle videos null bis eins und immer so drei likes von ein bis zwei hatern youtube funktioniert einfach so dass es einfach niemand interessiert wie es halt transparent wirklich aussieht deswegen werde ich halt jetzt wirklich dann nur noch ergebnisse als short videos hochladen sprich wenn ich mal wieder eine peaking phase anfange und dann halt recorder einfach hochladen das gibt gleiche das interessiert die leute es bringt ja nichts wenn es halt niemand interessiert und ich habe einfach nur stundenlang arbeit damit pro woche deswegen jetzt hier ein upload stopp komplett bringt so rein gar nichts